Hallo, Quacki? Oh, da kommt sie an, da kommt sie an. Versteckst du deinen Quacki? Ja, wohin denn? Wohin denn nur? Ja, wo geht das hin? Wo geht der hin? Ja, da. Gut so, mach mal. Mach mal. Noch nicht? Hier hoch. Versteck. Wo geht das hin? Ja, rein da. Nee, doch Manni. Ja, spring. Ja. Ah, da kannst du ihn verstecken. Sehr gut. Aber womit? Da gibt es doch keine Decke. Auch kein Kissen. Ach ja, so ist gut, Tiro. Ja, ja, so ist richtig. Versteck mal, Quacki, ne? Liebe Quacki. Ja, der Quietsch war raus. Ja, war kaputt. Und Frau Schön hat das wieder hinbekommen. Mit einem neuen Quietsch. Ja, mach mal hier hoch. Ganz fest. Ganz fest in die Ecke. In der Ecke. Ja, 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 ja. Ich sehe seine Augen noch. Und sein Schnabel. Oh, da ist doch noch eine Decke. Jawohl. Mach mal weiter. Ja, gut so. Gut so, Viro. Gut gemacht. Oh, wie schön. Hast du ihn versteckt. So ist gut. Oh, noch mehr. Ja, da kommt noch mehr Decke. Ja, und dann drüber. Ja, so ist gut, Tiro. So soll es sein. So soll es gut sein. Mal gucken. Na ja, nicht so ganz. Mal gucken.